Musik 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 Oh, da war ein Doppelschlag drin. Musik 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 Manchmal tut's auch ein einfacher Schlag, ne? Manchmal auch nicht. Na, ich treff einen eigenen Mann, na. Ne, so viel fehlen wir auch nur. Out of range, man. Haben wir. Warum gibt's mehr Material hier? Oh, da ist es ordentlich. Wie? So, jetzt müssen wir eigentlich mal gucken, was wir mit der Stadt hier machen können, weil jetzt haben wir noch viel mehr Möglichkeiten. 141 Gold. Okay, sieben Nächte müssen wir überleben. Ruine. Ruine. Ja, sonst haben wir nix mehr hier, ne? Also, ich würde erstmal noch einen weiteren Arbeiter mit reinholen. Können wir das auch nochmal abbauen. Dann krieg ich einen weiteren Zauberer dann. Goldfokus, Materialfokus, okay. Okay. Okay, sie kommen wieder von unten. Oha, wie drehe ich das denn bitte? Oha, die gewohnten Tasten funktionieren nicht. Okay. Was mit einer Tür? Wooden Gate. Ich bekomme noch Material. Muss ich irgendwas reparieren? Die Kernen wurde nicht angegriffen. Die Kernen wurde nicht angegriffen. Die ist auch schon Kernen hierzu, ne? Black Friday. Musik ist noch zu laut, sagt er. Entschuldigung. Kein Kampf ist die laut, ne? Ist jetzt so geblieben? Ja. Okay. Wir können eine bessere Ausstattung wählen. Prinzipiell hätten wir erstmal Gold genug, ne? Scorching Wave Scroll. Komm, wir haben jetzt mal die Level-Ups hier durch. So, Madame. Könnte mehr Mana vertragen? Für die guten Angriffe. Falls wir die gleich später noch ein bisschen öfters benötigen. Daily Mana regen, okay. Nehmen wir auf. Skill Range plus eins, okay. Perks. Das würde ich auch sagen, ich würde lieber auf Mana, ne? Okay. Waffen können wir auch. Aber wir gehen erstmal... Mana. Unser Tanky. Kriegt auf jeden Fall Amor. Lebensregeneration, ja klar. Ja. Ja, damit. Perk. Ein bisschen Sprint. Restore Move Points. Aber für Leben. Daily Health Regeneration. Mal versuchen die mal zu buffen. Vielleicht bringt das ja hört. Gerade als Tank. So, und unser... Jüngling hier. Hier, Rigoberto. Hier haben wir auf Leben, ne? Gerade auf Damage gegangen. Critical Power, 25% mehr. Da können wir nämlich das bei ihm eingehen. Wo ist der Shop? Okay, wir können schon mal Mana wieder... Regenerieren. Regenerieren. Ey! Ach, das sind nur Upgrades. Scheiße. Das ist nicht gut. Okay, er geht mit weniger Mana in die Runde. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Gehen wir noch mal shoppen. Wir haben noch 54 Gold. Wie die wundervolle Axt. Was ist das denn hier überhaupt? Amor haben sie ja genug, ne? Der kriegt nur noch einen Helm. Hatte ich nicht gerade irgendwie so einen Vergleich immer mit drin, was die Waffen anging? So, ne? Sei nicht erschreckend. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Aber warum zeig ich denn mir hier das Schild an? Verstehe ich nicht. Equipped haben wir den. Der wäre besser. Dann kaufen wir den doch. 12 Gold habe ich noch. Kann ich mir nichts verkaufen, ne? Use per Night zweimal. Komm, kaufen wir mal dazu. Mein tanky Zauberer hier. Ähm, da. Da, nehmen wir den besseren Zauberstab. Wie kann ich ihm das geben? Gar nicht. Oh. Kann ich wohl, geil. Jetzt hat er aber seinen Zauberstab nicht mehr. Warum? Äh. Zauberstab ist nur für Linkshänder? Echt? Ich hoffe, der wird das auch alleine ändern. Gut. Ramsey macht das schon. Da, komm. Kleiner Chaot. Kriegt Helm und Axt. Und sieht noch den Billigbogen. Vielleicht können wir ja noch, ähm, Geld zusammenorten. Xai, wie geht's dir? Irgendwie ist alles gut. Der taße endlich rum. Okay. Shit. Kann ich mir noch was anderes verkaufen? Stück C von meinem Körper oder so? Ich hoffe, wir können gleich nochmal Mana aufladen. Und ich hab immer noch keine Ahnung, wie wir neuen Zauberer hier hinholen, ne? Ach, nein. Oder müssen wir noch ein Tempel bauen? Okay. Ich hab noch in dem Land. Also 25 hab ich noch. Boah, wir brauchen mehr Arbeitskräfte. 70 wird mich das kosten. Uff. Ja, komm. Bleibt uns nichts anderes übrig. Next round, ne? Guck mal, wie wir uns schlagen. Finde ich den. Mmh. Ich muss es gegen den Zauberstopp austauschen, ne? Ich muss es gegen den Zauberstopp sein.